Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir an unserem 1er BMW einmal das Öl wechseln. Was man dafür braucht, ist gar nicht so viel. Ich meine 4,5 Liter Öl kriegt der. Wir brauchen einen Ölfilter, sowie ein bisschen Standardwerkzeug. Nichts Besonderes, hier muss man nicht allzu viel zerlegen. Den Ölfilter zu erreichen ist ein bisschen fummelig bei dem Wagen, aber das kriegen wir auch noch hin. Und dann legen wir uns am Ende unter das Auto und lassen das Öl ab und füllen das Öl dann wieder auf. Wie man den Service zurückstellt, das seht ihr in einem anderen Video, das habe ich bereits hochgeladen, verlinke ich euch auf jeden Fall. Dann könnt ihr da auf jeden Fall im Nachhinein schauen, wie ihr den Service dann zurückstellt und auch den Ölstand kontrolliert. Weil bei dem Fahrzeug lässt sich der Ölstand nur übers Kombi-Instrument anzeigen. Der hat keinen Ölpeilstab, deshalb wirklich gucken, dass alles abgelassen wird und genau die Menge aufgefüllt wird, die benötigt wird. So, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Werkzeug, ich muss jetzt mal gucken, ich glaube eine 24er Nuss brauchen wir, sowie eine Ratsche-Verlängerung. Ich suche das jetzt zusammen und dann legen wir direkt los. So, hier haben wir bereits den neuen Ölfilter liegen, sowie einen passenden Dichtring für den Deckel und einen Kupferdichtring für die Ölablassschraube. Das tun wir jetzt erstmal beiseite. Ich verlinke euch die Produkte natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr einen Ölwechsel machen wollt, inklusive Öl und Ölfilter. Dann findet ihr direkt alles, was ihr braucht. So, als nächstes nehmen wir hier die Abdeckung vom Motor ab. Das ist einfach nur eingeklepst, einfach nur hochziehen und beiseite damit. Und der Ölfilter ist da. Man sieht ihn nicht, aber er ist da. Und zwar liegt er nämlich hier unter diesen Schläuchen. Und hier ist er nämlich dann ziemlich weit versteckt. Das ist eine richtige Fummelarbeit in dem Fall, weil man da extrem schlecht drankommt. Aber ich versuche euch das mal eben kurz zu zeigen. So, der Ölfilter liegt hier hinten. Da kann man ihn, glaube ich, gut erkennen. Da ist die Kappe nämlich davon und die muss jetzt einmal raus. Ich muss mal eben kurz gucken, was das für eine Schlüsselweite ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich gucke jetzt mal, ich habe hier jetzt ein 24er und 27er. Und der hier passt. Das ist ein 27er. So, 27er Nuss. Jetzt hole ich mal das Werkzeug. So, 27er Nuss. Gelenk, knarre Verlängerung, weil mit dem Gelenk kommen wir hier besser dran. So, ne. Und dann lösen wir die ganze Geschichte einmal an. Ich versuche es mal mit einer Hand. Ja, das geht. So, Ölfilter ist gelöst. Ich versuche mal die Knarre hier runter zu kriegen. So, und dann gilt es, den Ölfilter hier hinten rauszufummeln. Das wird eine ziemlich ölige Angelegenheit, habe ich so das Gefühl. Deswegen einmal hier versuchen, die Kappe hochzukriegen, rauszufummeln. Zack, und mal irgendwo reintun, so wie hier jetzt. Und beiseite damit. Wir müssen das im Anschluss eh alles richtig sauber machen. Ne, das heißt, wir machen eben schweren Bremsenreiniger dort alles sauber. Aber jetzt würde ich sagen, tauschen wir einmal den Filter aus. Ist ziemlich heiß, die ganze Geschichte hier. Warte, ich komme jetzt mal hier. Ich muss jetzt die Kamera richtig setzen. So, und im Prinzip Filter einfach hier abziehen. So, das ist der alte Ölfilter. Hier ist der Dichtring. Und der am besten mit dem Schraubendreher oder so. So, Schraubendreher einmal abziehen, das Ganze. Und ich mache jetzt den Deckel einmal hier vernünftig sauber, damit wir gleich den neuen Ölfilter und den Dichtring da reinsetzen können. So, ich habe den Deckel jetzt einmal mit Bremsenreiniger vernünftig sauber gemacht. Das sieht jetzt alles gut aus. Jetzt nehmen wir uns erstmal die neue Dichtung. Für den Gummidichtring hier ganz normal drüber ziehen. bis auf die unterste Kerbe, also nicht die da drüber, die ist ein bisschen kleiner. Und jetzt zeige ich euch das mal hier. So muss der dann drin sitzen. Und jetzt machen wir uns hier einmal schön mit Öl so einen leichten Film drauf, damit das besser gleitet. Vorher stecken wir jetzt einfach den neuen Ölfilter hier rein. So, und das war es auch eigentlich schon. Mehr brauchen wir hier nicht machen. Und das hier mal beiseite. So, hier wie gesagt ein bisschen mit Öl das Ganze einschmieren. Und dann versuchen irgendwie das Ding in da wieder rein zu fummeln. Das heißt irgendwie nach Gefühl hier gucken, das Ding in da irgendwie rein. So, bis er dann in den Trichter sitzt. Und mit der Hand einmal soweit vorziehen. So, und dann werden wir die ganze Geschichte wieder hier ganz normal festziehen. Und anschließend mit 25 Newtonmetern anziehen. So, und jetzt noch einmal hier alles sauber machen. Und dann gehen wir einmal runter und lassen unten das Öl ab. So, wir liegen jetzt schon unterm Auto. Wollen jetzt einmal das Öl ablasten. Dafür brauchen wir jetzt im Prinzip einfach nur einen Schlitzschraubendreher oder hier so ein Umschalt-Dings. Und eine 17er Nuss, um das Öl abzulassen. Und zwar können wir das nämlich hier, ist eine Service-Klappe. Die müssen wir hier einmal nur so einmal drehen. Und dann versuchen, die ganze Geschichte hier so rauszuklappen. Zack, und einmal öffnen. Und ja, hier ist dann direkt die Ölablassschraube. Dann nehmen wir uns direkt mal hier unsere Knarre, 17er Nuss. Und einmal kräftig drehen. So. Zack. Einmal das Gefäß hier drunter. Die Schraube hier rausdrehen. Und zack. Es ist ziemlich heiß, die ganze Geschichte hier gerade. So, und einmal alles hier reinlaufen lassen. Wie gesagt, das sind ungefähr, ich glaube, 4,5 Liter oder so. Ich muss gleich nochmal genauer nachgucken. 4,3, 4,5, irgendwie sowas um den Dreh. Ich bin gerade noch gefahren, deswegen ist das ziemlich heiß, das Öl. Und deswegen läuft es auch so schnell raus. Deswegen dauert das wahrscheinlich gleich nicht mehr so lange. Zumal es hier in dem Fall senkrecht rausläuft. Und nicht waagerecht. Wie bei meinem 5er BMW zum Beispiel. Da kommt es ja seitlich raus, das ganze Öl. Und hier kommt es aber senkrecht raus. Und ja. Warten wir noch einen Moment. Ich werde hier in der Zwischenzeit schon mal den Dichtring austauschen. Von der Ölablassschraube. Und lasse das jetzt einfach mal weiterlaufen hier. So, Öl ist abgelaufen. Schraube wieder rein. Einmal die ganze Geschichte festziehen. Einmal die ganze Geschichte festziehen. So, ich werde hier das beiseite schieben. So, das hier wieder schön verschließen. Und dann sind wir durch. Gehen wir mal wieder hoch. Und einmal Öl auffüllen wieder. Ich räume hier einmal kurz ab. So. So. So, den Trichter habe ich schon reingesetzt. Jetzt füllen wir einfach das Öl auf. 4,25 Liter bekommt der in dem Fall. Und ja, dann alles wieder zusammenbauen. Die Abdeckung gleich wieder drauf. Und einmal den Motor starten. Gucken, ob alles dicht bleibt soweit. Auch hier am Ölfilter besonders. Deswegen kippen wir jetzt einfach mal hier rein. Das ganz normale ist 5W30 Longlife 04. So, dann sind wir damit fertig. Mal schön abtropfen lassen hier. So, Deckel wieder drauf. Kommt die Abdeckung hier wieder ganz normal drauf. Einfach drauflegen. Und passt. So, einmal dann Motorprobelauf. So, das war der Ölwechsel am 1er BMW. Wie man den Ölstand misst, habe ich euch in einem anderen Video verlinkt. Da erkläre ich das Ganze nochmal. Schaut auch mal da rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.